Glaubensdings. Wer war eigentlich Jesus? Wir beginnen, ta-ta-ta-ta, mit Jesus. Oh, Jesus war... Wer war eigentlich Jesus? Ähm, der Sohn von Gott. Welche Geschichten kennst du von Jesus? Kennst du Geschichten von Jesus? Ja. Welche? Die Geburt Jesu an Weihnachten in einem kleinen Stall. Einmal ist der Jesus auch auf dem Meer gelaufen. Ich weiß nicht mehr, welche Geschichte... Was? Was hat er gemacht? Auf dem Meer gelaufen. Der hat Wasser zu Wein gemacht. Ach, komm schon. Das hast du dir gerade ausgedacht, hm? Nein. Doch. Nein. Doch. Wirklich nicht. Also, ich hab's mal... So hatte ich, weil ich... ... ne Geschichte in der Bibel gelesen. Irgendwo. Also, der ist im Himmel und überall halt. Und der ist ja eigentlich so gut wie unsterblich. Das heißt, er wäre ja so oder so auferstanden. Also, er ist ja praktisch ein Gott. Und Gott lebt ja auch in endlich lang. Es ist ja der Sohn von Gott. Warum glaubst du, ist Jesus am Kreuz gestorben? Weil er uns liebt. Also, wer fällt mir zu der Frage nicht mal ein? Na, und was meinst du? Und Gott, was meinst du, ist Jesus am Kreuz gestorben?